Hallo liebe Tallinn-Freunde, liebe Freunde von Jesul und Cavallino und von der oberen Adria. Leider ist das schon wieder passiert und zwar der berühmt-berüchtigte Spiegeltrick wurde auch heute wieder angewendet. Und zwar anders als im letzten Jahr oder in den letzten Jahren konzentriert es sich nicht nur auf ein Täterfahrzeug, es sind mehrere Fahrzeuge unterwegs. Das heißt man kann nicht mehr sagen Achtung vor dem weißen BMW XY, sondern es sind einfach mehrere unterwegs. Wir haben auch schon einige Artikel auf unserer Homepage www.jesulob-magazin.com veröffentlicht, wo jeweils verschiedene Täterautos zu sehen sind. Diese einfach auf der Homepage, rechts oben ist eine Suchfunktion, Spiegeltrick eingeben und schon kommt ihr zu allen Artikeln, die bisher darüber veröffentlicht wurden. Es gibt auch schon mehrere Videos, in einem Video haben wir auch den Täter sehr gut im Bild. Dieser Täter wurde allerdings in der Gegend rund um Jesulu dieses Jahr noch nicht gesehen. Das heißt, wenn ihr uns Videos von solchen Vorfällen schickt, das bringt etwas. Die Täter verfolgen das, sie sehen, aha, wir sind am Schirm und verlassen dann möglichst dieses Gebiet. Ganz wichtig ist es eben auch, dass viele davon erfahren, das heißt bitte diese Beiträge teilen, in Campinggruppen teilen und an Freunde, Bekannte, die ihr wisst, dass in diese Gegend fahren, einfach weitergeben. Was ist der Spiegeltrick? Der Spiegeltrick einfach erklärt, ihr fahrt eine Straße entlang, oft sind sie nicht sehr stark befahren, aber teilweise scheuen sie auch davor nicht zurück. In einer Parkbucht steht ein Fahrzeug, ihr fahrt ganz normal vorbei, denkt euch nichts dabei, der macht eine Pause oder wie auch immer und schon hört er einen Knall. Die Täter werfen einen Stein oder etwas ähnliches auf eure Seite, auf die Fahrzeugseite im Vorbeifahren und beginnen dann, euch nachzufahren. Das heißt, sie fahren euch nach, überholen euch, deuten schon im Überholvorgang, dass etwas nicht in Ordnung sei, versuchen euch zum Anhalten zu bewegen. Und dann ist es eben so weit, dass sie, wenn ihr wirklich anhaltet, zeigen sie euch einen manipulierten Spiegel vor. Das heißt, dieser Spiegel ist schon vorher locker, sie zeigen vor, signalisieren damit, ihr wäret an ihren Spiegel angefahren. Das passt hinten und vorne nicht zusammen, das ist eine Betrugsmasche, sie wollen euch nur abzocken und sie wollen, verlangen dann Bargeld. Das heißt, am besten erstens mal gar nicht anhalten, sofort Videos, Fotos machen, das sehen diese Täter auch und rauschen zumeist davon. Ich zeige euch jetzt hier einen kurzen Ausschnitt von heute, das hat mir eben eine Urlauberfamilie zugeschickt, wo das genau zu sehen ist. Das heißt, sie fahren diesem Fahrzeug nach, die Täter sehen, aha, sie werden gefilmt und fahren davon. Genau so sollte man reagieren. Ja, hier sehr schön zu sehen, die Täter fahren noch vor dem Fahrzeug und in dem Moment bekommen sie es mit, dass sie gefilmt werden. Und man sieht, sie ziehen ab. Sie schauen, dass sie so schnell wie möglich wegkommen, in der Hoffnung, dass das Kennzeichen noch nicht erfasst ist, dass sie noch nicht erfasst sind und sie brausen davon. Genau das passiert, wenn ihr sie mit Video aufnehmt. Dieses Videomaterial benötigt ihr eventuell auch für eure Versicherung, um diesen Schaden nachzuweisen. Wie der entstanden ist, von den Tätern bekommt er ihn klarerweise nicht ersetzt. Die Kennzeichen sind zwar alle bekannt, aber diese sind zumeist gestohlen. Was ich immer wieder kritisiere, dass die Polizei hier viel zu wenig tut. Ich habe auch schon öfter mit den zuständigen Stellen gesprochen. Die größte Schwierigkeit dabei ist, sie müssen die Täter in Flagrante erwischen, sonst können sie ihnen das nicht nachweisen. Beziehungsweise sie brauchen einfach mehrere Meldungen von Urlaubern. Viele fahren dann einfach weiter, denken sich, okay, kleine Delle ist passiert, hilft leider nichts, lassen das reparieren, oft über die Kaskoversicherung. Und die Polizei erfährt gar nichts davon. Sie sind aber auch oft, diesen Ruf haben sie schon, nicht wirklich gewillt, dafür Aufklärung zu sorgen. Das muss man einfach auch ganz klar so sagen. Das haben mir schon viele Urlauber berichtet, dass die Polizei sehr, sehr spät kommt, gar nicht kommt und nicht gewillt ist, hier eine Unfallaufnahme zu machen. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass einmal ein Täter erwischt wurde. Da gibt es ebenfalls auf der Homepage einen Bericht dazu. Aber zumeist haben die wirklich freie Fahrt. Wer ist davon betroffen? Ausschließlich, und das traue ich mich jetzt zu behaupten, Urlauber. Das heißt, mit italienischen Kennzeichen ist man so gut wie sicher. Davon habe ich wirklich noch nie gehört, dass die ebenfalls davon betroffen werden. Und es sind alle Urlauber betroffen. Egal, ob mit Wohnwagengespann, ob mit dem kleinen Pkw, mit dem großen Pkw. Durch die Bank werden einfach gezielt Urlauber ausgesucht, diese dann eben unter Druck gesetzt mit Überholvorgang. Es wird geschnitten. Es wird versucht, eben dann mit diesem manipulierten Spiegel diesen Unfall vorzutäuschen. Und so wollen sie einfach Bargeld haben. Das ist eine alte Masche. Die gibt es wirklich schon sehr, sehr lange und kommt eben natürlich vermehrt in der Urlaubersaison vor. Davon ist aber nicht nur die Gegend rund um Jesolo betroffen. Es ist auch vermehrt sind Fälle rund um den Gardasee, sind mir bekannt geworden. Und es haben auch schon Täter über die Grenze versucht, das Ganze in Kärnten durchzuführen. Da hat die Polizei aber relativ schnell reagiert. Das heißt, man sieht schon, wenn die Polizei da dahinter ist, dann wird das eingedämmt. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Das muss man ganz klar so sagen. Deshalb hilft hier leider nur ein gewisser Selbstschutz. Vor allem einmal das Wissen, dass diese Täter unterwegs sind, dass das eine Betrugsmasche ist. Keinesfalls den Tätern Geld geben. Fotos anfertigen, Videos machen, dann sind die Täter schneller weg, als ihr schauen könnt. Und mit der Polizei drohen, sind sie ebenfalls sehr schnell weg. Sollte es natürlich tatsächlich mal zu einem Zusammenprall kommen zwischen zwei Autos, darf man natürlich nicht weiterfahren, denn das wäre Fahrerflucht. Aber diese Fälle sind allesamt Betrugsmaschen. Das heißt, wenn ihr bei einem Fahrzeug vorbeifahrt und einen Knall hört, dann seid ihr Opfer vom Spiegelbrickbetrug geworden. So einfach ist das leider zu sagen. Es hört sich wild an, dass man da quasi nahezu täglich davon hört. Die Vorfälle gibt es auch nahezu täglich. Die Wahrscheinlichkeit, davon getroffen zu werden, ist natürlich trotzdem relativ gering, anhand der vielen, vielen Urlauber, die hier vor Ort sind. Aber diese Gefahr ist real. Das heißt, diese Täter sind täglich unterwegs und haben es von den frühen Morgenstunden bis abends auf die Opfer abgesehen. Ganz wichtig eben, kein Geld an die Täter überweisen, Fotos, Videos machen. Im Idealfall uns diese Videos auch schicken und Fotos schicken. Dann können wir sofort eine Warnung herausgeben. Wir haben mehrere hunderttausend Follower, die unsere Beiträge pro Monat verfolgen. Diese steigen dann in der Saison über eine Million an. Das heißt, hier wird eine große Reichweite erzielt. Somit sind viele Urlauber davor gewarnt. Es gibt schon mehrere Videos auf unserem YouTube-Kanal. Und ihr seht einfach dann diese Fotos verbreitet im Internet. Die Täter sehen es, aha, wir sind hier beobachtet worden und ziehen womöglich dann weiter. Andere Möglichkeiten gibt es leider aktuell nicht. Wie gesagt, die Gespräche habe ich schon gesucht mit den Behörden. Aktuell wird einfach hier viel zu wenig getan. Wir können hier als Magazin nur unterstützend mithelfen, Beiträge immer wieder veröffentlichen und ihr helft bitte mit, indem ihr diese Beiträge teilt und eure Freunde, Bekannten und in den Campinggruppen und Urlaubergruppen davor warnt. Und die Gefahr ist real, das ist nicht irgendein Märchen. Es gibt schon xx-fach leider diese Berichte dazu. Und wir werden nicht davor zurückscheuen, diese weiterhin zu veröffentlichen, inklusive vollen Kennzeichen. Die fahren dann tatsächlich die ganze Saison mit den gleichen gestohlenen Kennzeichen herum. Und da sieht man auch wieder, die Polizei tut einfach viel zu wenig. Da würde wirklich ein paar mehr Patrouillen nicht schaden. Aber in diesem Sinne, mit ein paar Vorsichtsmaßnahmen könnt ihr dem ein bisschen entgegenkommen. Und zumindest wisst ihr Bescheid, dass das nur eine Masche ist. Und ich hoffe, euch passiert es nicht. Mir ist es zum Glück auch noch nicht passiert. Aber ich werde nicht müde, um darüber zu berichten. Ich wünsche euch trotzdem eine angenehme Reisesaison, eine gute und spiegeltrig betrugsfreie Fahrt. Bis bald, arrivederci und ciao.